Leute was geht hier ist alle länger mit hier und der nicht gleich gedemütigt ach nein 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 jetzt komm jetzt lass doch mal erst mal erklären was wir machen also wir zocken rage mutten mit dem lieben flyer games auf komme hd und es gibt es gar nicht mehr schmutzigen musikabend im spiel hat das ist nicht warum dann fernst du spielst du spielst du spielst du spielst du spielst du spielst du wo ich habe mich selber mit meinem eigenen Fall gekillt aber auch noch mal an die Kürtio ach nehmt mich das aber nicht egal auf jeden Fall um und zwar und die anderen haben schon eine Aufnahme machen letztlich an und deswegen haben wir jetzt eine Aufnahme gestattet ja richtig Scheiße gedemütet nein auch oh Gott die Runde ist richtig schlecht ja für mich ist es eigentlich noch ganz gut für mich nicht auch schon genau ich bin letztendlich Letzter ich bin echt letztendlich Congratulations Morgen Englisch Test hier nee hab ich noch nicht was nee ich lerne doch nicht auf Englisch nee nee muss ich echt nicht wieso weil ich Englisch kann wer lernt schon auf Englisch ich? Scheiße ich hätte mich fast aaaaaaah ich muss mich rechnen darf ich übersteuern nicht wenn ja dann sorry aber ich bin vorlässt dann nimmt einer der City auf ja das wäre jetzt so fake ja Junge so geht das hier ich hab ihn neu Hashtag läuft bei mir also bin ich blöd ich hab grad auszusehen kein Fall mehr habe ich nicht mehr geschossen weil ich dachte wir zocken hier wollen oh mein Gott das ist viel zu laut oh ne ist es nicht aber trotzdem yes nach Feindbetteln nach Feindbetteln nach Feindbetteln nach Feindbetteln also ich hab mich einfach mal zum ersten äh zum ersten Platz zum vierten Platz hochgearbeitet ach man komm der hat mich genervt mit seiner häsligen Nice nein boah ich bin vorletzter Vollproge ne eigentlich schon nicht naja bist du echt haha bist du ah 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 man nein nein du Penis ich mag das eigentlich immer kommen wir können hier so ein bisschen quatschen nein du bist so ein Arsch nein bei dir läuft es nicht alle läuft nur bei mir wieso 100 kill äh 100 Punkte ich bin hinter dir ich bin hinter dir Heinz ich bin hinter dir Heinz ich weiß grad sagen ich bin Heinz hinter dir was du bist Heinz hinter mir ja geil ich bin auch Heinz vor dir ich bin Heinz vor dir ich bin Artyon nein alter hör auf Gott wie es schon die Schule einen aufgeregt ey wieso yes ich bin es immer so witzig wie du dich so freust weil du mich einmal gekillt hast nein wenn ich 150 170 komme ich hatte noch nie ich mein höchstes war glaube ich mal 300 in Rage Mode das User Join Your Channel nein User Join Your Channel Alter solche Deppen das sind doch spacken ja 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 ich hab's schon verstanden User Join Your Channel User Join Your Channel User Join Your Channel wir haben's ruhig also User Join Your Channel das ist wirklich Spaß der Lammert halt User Join Your Channel der Mann hat eine coole Stimme muss ich schon sagen der muss ich echt sagen finde ich auch also Leute User Join Your Channel ich bann jetzt beide User Join Your Channel finde ich auch der Mann eine schöne Stimme und sagt dann so gleichseitig User in Your Channel was banned from the server User in Your Channel was banned from the server User disconnected from your channel Amel ja ich bin noch da ich bin noch da Bäm alter Alter wie einfach mal alle lieben ich hab 200 wie sie mich jetzt in Skype anrufen aber hast du beschäftigt oder? ne das ist das Problem das mach ich nie ich hab jetzt aber meine ähm Lautsprecher so also ich ich bin Skype gar nicht online wenn ich aufnehme also ja 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 ich es kann weißt du ja bei meister keine somit sich mit mir anlänge da bist du ja jetzt ja klar also guck guck du freust dich voll wenn du mich scheiß drauf nein ich freue mich nicht wenn ich dich ich freue mich nur wenn wenn ich überhaupt mal 300 junge ich habe 380 ich hab zwar ich bin dritte ja auf jeden fall wie lange nehme ich den jetzt schon auf jeden fall ja auch eine nice runde ja du darfst nicht gg schreiben also du hast ja richtig abgelöst ja naja was machen wir jetzt was machen ja nix ich würde sagen ja wie sagt halt wir entbannen sie gleich wieder also kommen also dann leute haut rein ja